Warum funktioniert Positionierung, Marketing? Warum funktioniert das? Erstmal, weil es eine super Strategie ist. Ich habe sie mit jedem Unternehmer besprochen, mit dem ich längere Gespräche hatte, mit Milliardären, mit Multimillionären. Das zweite ist, Positionierung schafft dir neue Ziele, weil du siehst, es funktioniert, du fängst weiter an zu träumen, du hast neue Ziele. Hauptpunkt aber, warum es funktioniert, ist der dritte Punkt und das ist das Gesetz der Anziehung. Wenn du mit Positionierung arbeitest, wenn du sagst, ich mache die Blockzeit, ich arbeite eine Stunde am Tag damit, ich mache das jeden Tag, jeden Tag, fünf Tage die Woche, dann wird es dich verändern. Dann wird es auch verändern, wie du dich siehst, deine Möglichkeiten, wie du die Welt siehst, wie du Menschen siehst, denen du helfen kannst und dann beginnt die Magie des Gesetzes der Anziehung. Denn, meine lieben Freunde, die meisten denken, verstehen The Secret, super Buch, aber die verstehen es falsch, verstehen das Gesetz der Anziehung falsch. Die meisten Menschen denken, ich muss nur etwas wollen, dann ziehe ich es an. Nein, 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 du musst etwas sein, um es anzuziehen. Du musst es sein, du musst es fühlen, du musst es glauben, du musst es ganz tief in dir haben und dafür musst du dich verändern, Schritt für Schritt. Dann ziehst du mehr von dem Veränderten an. Wirst du stärker, ziehst mehr, stärker an, ziehst noch mehr an. Deswegen ist es so gut, diesen Weg zu gehen.